Kultur am Freitag Ich stehe hier, oder wir sind hier im Weber-Zunfthaus, im schönen Weber-Zunfthaal und heute werden für uns spielen Miriam Heuberger und ihre Tochter Sophia. Die Sophia ist acht Jahre alt. Sie spielt Klavier, seit sie zwei ist. Und sie spielt heute zusammen mit ihrer Mutter Miriam Heuberger, die wir als Pianistin bei der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu hier in Wangen sehr gut kennen. Mutter und Tochter heute zusammen am Klavier. Ein Genuss für uns alle. Viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen. 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 Amen.